Herzlich willkommen bei Mindtower. Wie schön, dass Sie dabei sind heute Abend. Wir haben tolle Themen heute, unter anderem diese hier. Ich bin keine Katze und andere Pannen in Videokonferenzen. Was haben die Hessen schon so erlebt? Weiber Fastnacht fällt flach, aber nicht für Stefan Porcello und seine Fastnachtsalter-Ego Fra Dabbisch aus Astem. Und von Homeoffice und neuen Wohntrends, wie Corona unser Heim verändert. Was hat es in den letzten Monaten nicht schon alles für lustige Pannen bei?